Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind gerade auf Griefer Games und heute mal machen wir ein 24 Stunden als Supporter Video. Ihr wisst ja vielleicht, dass es jetzt 10 neue Supporter auf Griefer Games gibt. Und ich habe mir gedacht, hey, wir gucken mal, wie fühlt man sich denn eigentlich als neue Supporter? Was schreiben einem so die User? Deswegen bin ich hier online mit Sogipop-Tart. Das ist mein neuer Undercover-Account. Ich habe auch schon ein paar Nachrichten bekommen. Hier schreibt mir einer, er hat ein Gewinnspiel und einer schreibt mir, er hat eine Frage. Mal sehen, was die Leute mich heute fragen. Ich bleibe heute ein bisschen auf dem Server. Wir gucken mal, wie gesagt, 24 Stunden als Supporter auf Griefer Games. Ich bin sehr gespannt, was wir da so für die User tun können und was wir so gefragt werden. Ob wir vielleicht sogar gescammt werden, Leute. Da bin ich super gespannt, ob es Spieler versuchen zu verarschen. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Und denkt bitte dran, wir haben jetzt schon heute den 30. Das bedeutet, es gibt nur noch heute und morgen die Möglichkeit, euch den Supreme-Rank zu sichern. Ansonsten gibt es erst beim nächsten, nächsten großen Event. Und das ist wahrscheinlich erst Ostern oder noch später, wo ihr Supreme kriegen könnt. Und denkt dran, wir haben immer noch den Weihnachts-Sale. Das bedeutet natürlich, auch alle anderen Ränge sind reduziert. Ich glaube sogar, Booster sind auch noch reduziert. Checkt am besten einfach mal den Shop ab. shop.griefergames.net Und jetzt würde ich sagen, legen wir mal los. Ich bin gespannt, welcher User sich zuerst meldet und was wir so für den tun können. Ich frage einfach mal im Chat, Leute. Braucht jemand hier gerade Hilfe? Ich habe Zeit. So, fragen wir mal die Leute im Chat. Mal sehen, ob einer von uns Hilfe braucht, Leute, und wir dem helfen können. Ich bin mal sehr gespannt und wir gleich eine Nachricht bekommen. Einfach mal abwarten, okay? Oh, Leute, uns hat einer was geschrieben. Wilkins, er schreibt, hi. Ich schreibe mal zurück, hey. Mal sehen, was der möchte, Leute. Da bin ich mal sehr gespannt. Wilkins hat sich auf jeden Fall schon gemeldet. Der hat anscheinend... Oh, ihr seht ja gar nicht den Chat. Warte mal, Leute. Ganz ruhig. Wir machen mal eben was. So, jetzt müsstet ihr was sehen. Hat er schon geschrieben? Und zwar... Warte mal. Er hat geschrieben, Wilkins, kannst du in den Vanish gehen? Ähm, Leute, kann ich in den Vanish gehen? Also, Potter, ich gucke einfach mal. Ich kann... Ich kann tatsächlich... Ich kann Vanish machen. Okay, ich kann also gerade in den Vanish-Modus gehen. Sehr interessant. Hm. Ich schreibe dem Wilkins einfach mal zurück. Wilkins. Ja. Wir gehen mal gucken. Ja, Leute, was der Wilkins denn gerade so macht. Ich gehe einfach mal zu seinem Grundstück. Äh. Hier ist ja gar nichts. Er schreibt einfach nur okay. Wilkins, wer bist du denn? Hier ist eine Truhe und da ist ein Buch drin. Hat er vielleicht noch ein anderes Grundstück? Hier ist ja auch gar nichts drauf. Warte mal. Mein Plot wird noch gebaut, steht hier. Willkommen auf... Hat er ja gar kein Grundstück, der Wilkins? Ah, schade. Dann können wir dem leider nicht so gut helfen, Leute. Aber mal gucken, was sie noch so schreiben. Oh, hier verkauft einer Beacons, Leute. Ich mache mal folgendes. Ja, wir gehen mal einfach als Supporter zu dem Xcrafter. Und dann schreibe ich dem einfach mal... Oh, jetzt schreibt Wilkins wieder. Ich habe keinen Plan. Aber vielleicht ist ein Hacker bei mir. Warte mal. TPA Wilkins. Also, das ist schon besser, Leute. Ich gehe mal zu dem hin. Also, wenn... Ja, ne, jetzt gerade ein Hacker auf dem Server ist, Leute. Da müssen wir natürlich am Start sein und uns auf diesen Hacker hier kümmern. Ist ja vollkommen klar. Ich habe ihm mal eine TPA geschickt. Mal gucken, ob er die annimmt. Ich schreibe ihm auch mal direkt Wilkins. Nimm die TPA an. So. Ich komme zu dir. So. Er schreibt jetzt gleich. Okay, dann warten wir mal ganz kurz. Da bin ich mal gespannt, was für ein Hacker denn wohl gerade auf dem Server ist, Leute. Das müssen wir rausfinden. Bin ich mal gespannt, was da passiert. Er steckt dich dann aber, okay. Ich schreibe mal, okay. Wir sollen uns verstecken. Okay. Ich hoffe mal, Wilkins nimmt jetzt gleich die TPA an. Ich bin schon wirklich gespannt, was da los ist. Ich glaube, ich kann mich auch einfach so tele... Oh, er hat angenommen. Wo sind wir denn jetzt? Yo, yo. Warte mal. Wieso kriege ich Schaden? Warte mal. Wieso kriege ich Schaden? Ich sterbe einfach, Leute. Ich bin tot. Wieso bin ich jetzt gestorben? Wieso bin ich jetzt gestorben? Warte mal, Leute. Ich tp mich einfach nochmal zu Wilkins. Wir haben ja als Supporter natürlich auch Teleport-Rechte. Wieso bin ich... Wieso sterbe ich jetzt gerade? Warum sterbe ich jetzt gerade? Ich bin schon wieder tot. Was verdammt nochmal ist hier los, Leute? Hilfe, ich... Ach so. Nee. Warte mal. Der ist außerhalb der Border, glaube ich. Guckt mal. Der Wilkins. Und hier ist wirklich einer Kompos-Hacker. Kompos-Hacker ist hier gerade. Und Wilkins und der Kompos-Hacker sind außerhalb der Border? Oder? Wie machen sie das denn? Ich kann da gar nicht hin. Guckt mal. Hier ist eigentlich eine Border. Kann ich in den Game Mode 3 als Supporter? Ich guck mal. Okay, jetzt kann ich hier anscheinend... Genau. Ihr habt nämlich in der letzten Folge geschrieben. Mit Game Mode 3 kann ich durch die Border gehen. Wo ist denn dieser andere jetzt hin? Da ist er nämlich. Kompos-Hacker. Und der hackt jetzt angeblich. Ich guck mir das mal an. Hier ist noch eine Truhe. Da ist jetzt aber nichts drin. Kompos-Hacker. Was macht ihr denn hier? Hier steht auch irgendwas noch geschrieben, oder? Warte mal. Ich schreibe mal Wilkins, okay? Was macht denn der Kompos-Hacker? Wie verdammt sind denn die beiden durch die World Border gekommen? Und wieso sterben die nicht und ich schon? Das verstehe ich gerade gar nicht. Er schreibt keine Ahnung. Er weiß das also nicht. Okay, ich guck mal in das Inventar von diesem Kompos-Hacker. Was ist das denn für einer? Der heißt vor allem auch Hacker im Namen. Er hat nur so ein bisschen... Er hat nichts Starkes drin. Warte mal. Warte mal. Okay, ich geh mal wieder aus dem Game Mode raus. Wir geh mal in Game Mode 1. Mal sehen, ob wir da irgendwas machen können. Wups. Oh. Er meinte, er versucht an den Komp... Ach so! Nein! Nein! Wir sind bei Wipex Base, seh ich gerade. Er meinte, er versucht an den Komp... Die sind bei Wipex Base. Jetzt wisst ihr noch in der letzten Folge, als wir Wipex geheim unter Wasser Base gefunden haben. Die sind wirklich hier bei der Base, weil sie versuchen, hier wahrscheinlich was zu klauen. Ich kann mal gucken, Leute. Ist denn hier... Warte, kann ich hier vielleicht Game Mode 1? Ich kann, glaube ich, nicht in Game Mode 1 gehen. Ich will mal in diese Truhen hier gucken. Da kann ich, glaube ich, nicht reingucken. Verdammt. Hier kann ich jetzt nicht gucken, aber nicht, dass einer das hier geklaut hat von Wipex. Oder... Der Comment Block ist weg. Der Comment Block ist weg von Wipex. Und ich glaube, die Spawner auch. Und die Superorchideen auch. Da muss ich Wipex mal fragen, ob er den mitgenommen hat. Aber interessant, dass Kompos-Hacker anscheinend jetzt auch Wipex beklauen möchte. Ich hoffe, er hat es nicht geschafft. Ich sehe aber jetzt gerade bei ihm nichts Besonderes. Ich schreibe noch mal Wilkins. Wie hackt der denn? Weil ich will natürlich wissen, weshalb der jetzt quasi gemeldet wurde bei mir. Ich wüsste aber nicht, was Kompos-Hacker jetzt gerade für Quatsch macht. Er schreibt wieder, kein Plan. Okay. Was macht denn... Jetzt ist er am Spawn, Kompos-Hacker. Hm. Ich würde sagen, wir beobachten ihn mal weiter so ein bisschen. Aber ich kann jetzt nicht erkennen, was der Illegales macht. Ich meine, wir sind ja ein Supporter, Leute. Und ihr müsst wissen, als Supporter haben wir die Verantwortung für den Server. Und wenn uns jemand was meldet, also ein böses Spieler, müssen wir ihn halt bestrafen. Aber wir dürfen natürlich auch nur bestrafen, wenn jemand wirklich was Böses macht. Und das kann ich jetzt gerade nicht erkennen. Deswegen würde ich sagen, da machen wir jetzt erstmal gar nichts. Und warten mal ein bisschen ab. Vielleicht fällt er ja wieder auf und dann überlegen wir mal. Kannst du mir gerade mal kurz eine Frage beantworten? Diese eine Legende. Ja, klar. Okay, schreibt... Er schreibt... Jetzt schreibt Wilkins wieder wegen dem Kompos-Hacker. Er meint, er kann nur Kali, Linux und Python benutzen. Was? Das sind so Hackersprachen. Okay. Da fragt der Nächste auch schon Dera. Er hat eine Frage. Ich schreibe mal Dera. Äh, warte mal Dera. Ja, klar. Wie kann ich dir helfen? Ich meine, Supporter müssen wir natürlich auch hilfsbereit sein. Okay, gib... Ich mache so viel, wie geht's. Was? Also, schreibt er jetzt... Warte mal, ich gehe mal zu diesem Dera. Was macht denn Dera gerade? Wo ist denn Dera gerade? Ich zocke gerade auf City-Bild 1 und mein Grundstück soll auf City-Bild 3. Oh, Dera. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ähm, da kann ich dir leider nicht helfen. Der will nämlich einfach nur umziehen, Leute. Da kann ich ihm aber leider wirklich nicht helfen. Der Nächste fragt schon, wann fließt Wasser wieder? Das kann ich natürlich auch nicht beantworten, Leute. Das hängt nämlich davon ab, wie sehr der Server gerade am Hängen ist. Und Wilkins schreibt... Oh, das ist interessant, Leute. Wilkins schreibt gerade. Vielleicht hackt der auch nicht. Jedenfalls behalte ich den mal im Auge. Dem schreibe ich nochmal den Wilkins. Und zwar, äh, MSG Wilkins. Ja, mach das bitte. Das ist echt komisch. Der wird auf jeden Fall im Auge behalten. Da bin ich mal gespannt. Oh, hier habe ich einen interessanten Spieler, Leute. Der hat nämlich gar keinen Drang. Und der schreibt, ich verkaufe meine EC. Ich gehe mal zu diesem Urin... Urinprobe. Warte mal. Urinprobe. Ich dp mich mal zu dem hin, Leute. Der verkauft nämlich seine komplette EC. Oh, da ist er. Der sieht auch ganz komisch aus. Ich schreibe dir mal. Urinprobe. Ich kaufe deinen Spawner. So, mal gucken, ob der mit einem Supporter handelt, Leute. Da bin ich mal super, super gespannt. Mal gucken, wie das ist, als Supporter Sachen zu kaufen. Wir schauen mal. Oh, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe gerade was gesehen. Yoshi LP schreibt gerade was ganz, ganz, ganz Böses in den Chat. Oh mein Gott. Okay. Lieber Yoshi LPs, dass du sowas hier in den Chat schreibst, geht gar nicht klar. Ich würde mal sagen, da müssen wir natürlich als guter Supporter erstmal bannen. Deswegen banne ich dich lieber, Yoshi LP als erstes mal für sieben Tage wegen rassistischer Äußerung, würde ich sagen. Ich denke, das ist in Ordnung. Oder ist das vielleicht sogar noch schlimmer, Leute? Ich nehme erstmal nur den. Wir nehmen nicht den härtesten direkt. Er kriegt erstmal eine harte Verwarnung von sieben Tage Bann. Der ist nämlich jetzt auch direkt gebannt für sieben Tage. Oh, warte mal. Ich habe ihn falsch gebannt, sehe ich gerade. Oh, Leute. Wir haben ihn falsch gebannt. Dann muss ich ihn schnell wieder entbannen. Und dann bannen wir ihn nämlich jetzt richtig. Jetzt ist er auch wirklich weiß, dass er nur sieben Tage gebannt ist. So. Jetzt ist er für sieben Tage gebannt, wegen der Äußerung, Leute. Weil sowas schreibt man bitte nicht in den Griefer Games Chat. Das finde ich nicht cool. Und dafür müssen wir natürlich als Supporter auch was machen und dagegen was tun. Freunde. Es gibt die nächste Meldung. Wir sind gerade bei dem Grundstück von Alep. Der ist jetzt gerade weggerannt. Und zwar geht es um das hier vorne, Leute. Es geht um seinen Nachbarn. Er hat nämlich geschrieben. Guck mal, mein Nachbar hat richtig den Mist auf seinem Grundstück. Kannst du mir... Oh, da ist er auch schon wieder. Hallo, Alep. Der hat das gerade gemeldet. Schön, dass du was gemeldet hast. Ich glaube, da ist noch ein relativer Anfänger, Leute. Guckt mal. Er hat noch... Er hat nur einen Spielerrang und er hat nur ein Holzschwert dabei. Oh, Alep. Sehr nett von deiner Meldung. Wir gucken mal in seine Tour. Okay, Leute. Mal gucken. Ja. Ja. Ich würde sagen, das sieht auch noch ziemlich ein Anfängertor aus. Der hat ein bisschen Cobblestone, so ein bisschen Holz, ein Steinschwert. Relativer Anfängersachen. Wollen wir dem mal was schenken, Leute? Also, er hat nämlich eine wichtige Meldung gemacht. Ich zeige euch das gleich. Ich würde sagen, ich schenke dem einfach mal zwei Beacons, Leute. Ich glaube, ich schenke dem mal zwei Beacons. Moment. Der ist ja gerade hier vorne. Der baut nämlich auch gerade auch einfach sein Haus hier. Ich droppe dem einfach mal hier einen Beacon. So. Alep, siehst du das? Da. Für dich. Für deine schöne Meldung. Und hier noch einer. Für deine Meldung. Sammelt er es ein. Ja, ist für dich. Kannst du nehmen. Ja, er nimmt es. Okay. Alep, danke dir erstmal. Es geht nämlich um das hier vorne. Erstmal das hier vorne. Sieht nicht schön aus. Aber gut, dass du es gemeldet hast. Ich muss aber sagen, Leute, ganz ehrlich, das ist jetzt noch nicht so schlimm. Was ich euch gleich zeige, das ist wirklich schlimm. Und das finde ich uncool. Und auch mal ganz kurz hier an jeden Griefer-Gamespieler. Wenn ihr sowas seht, ihr könnt es jederzeit im Forum melden, falls kein Supporter da ist. Dann schreibt es einfach rein. Das wird alle paar Wochen dann auch entsprechend gelöscht. Und die Spieler werden bestraft. Wir gucken es uns jetzt mal zusammen an. Ich möchte aber zuerst noch wissen, wer ist eigentlich der Besitzer von diesem Grundstück? Weil wir wollen natürlich den Übeltäter hier auch ein bisschen zur Schau stellen, Leute. Das ist der Dark Twin 1337. Alles klar. Leute, es geht nämlich nicht um das hier vorne. Das hier vorne ist nämlich, ich weiß nicht, ein Kamele oder so. Das hier ist irgend so ein komischer Pimmel. Aber es geht um das hier, Leute. Ich denke, einige von euch werden schon wissen oder wissen einfach, was das hier ist, Leute. Das finde ich überhaupt gar nicht cool, dass der so eine Scheiße hier hinbaut, Leute. Deswegen würde ich sagen, dieses Grundstück hier wird erstmal richtig fett weggehauen. Und, lieber Dark Twin, ich gucke mal ganz kurz deinen Namen nach, weil dich werde ich jetzt... Oh, ist natürlich jetzt weg. Aber er hieß, glaube ich, Dark Twin 1337. Deswegen würde ich mal sagen, Leute, ich bann Dark Twin 1337. Oh, wir machen natürlich einen Temp-Bann. Und das ist jetzt wirklich schon ein bisschen schlimmer, finde ich. Ich meine, das andere gerade war auch ziemlich krass. Aber den bann ich jetzt mal einfach für... Ich würde mal sagen... Das ist schon der härtere Bann auf jeden Fall. Den bann ich mal für... So, einige Zeit vom Server. Oh, der muss online sein. Okay, dann muss ich den nachher mit meinem Admin-Account bannen, weil der kann auch Leute bannen, die eben schon offline sind. Weil Dark Twin ist gerade nicht mehr auf dem Server. Das heißt, ich bann den später einfach. Aber sowas ist überhaupt gar nicht cool, Dark Twin. Das wird auf jeden Fall gelöscht und du wirst nachher auch noch von meinem Admin-Account gebannt. Bitte lass so eine Scheiße, auch wenn das vielleicht nur ein Spaß von dir ist. Ich finde das gar nicht geil und das gehört sich einfach nicht. Da ist auch schon der nächste Notfall, Leute. Ich drehe mich jetzt am besten mal zur Seite, dann seht ihr das Ganze. Und zwar wurde gerade auf dem Server ein Spieler wohl gegrieft. Ich zeige es euch am besten mal. Er ist leider schon offline gegangen, weil er sich ein bisschen aufregt. Trotzdem, falls du das siehst, hier steht es auch. Ich wurde gegrieft und das TNT geht nicht weg, Leute. Guckt mal. Hier ist gerade alles einfach in die Luft geflogen. Sein ganzes verdammtes Haus wurde einfach hier aufgesprengt. Da vorne ist sogar noch TNT, sehe ich gerade. Lol. Der Griefer hat einfach nicht alles TNT weg. Okay, warte mal. Das baue ich mal ganz schnell ab da vorne. Nicht, dass noch irgendwer auf die Idee kommt, das auch noch anzuzünden. Ähm, ja. Ich sage es mal so. Das hier ist jetzt überhaupt gar nicht cool. Und vor allem hier wird auch richtig viel Bedrock gesetzt, dass der Typ eben dieses Grundstück hier nicht mehr benutzen kann. Und auch gar nicht mehr. Ich glaube, hier ist eine Tür hinter, oder? Warte, wir können mal gucken, Leute. Ich baue mich einfach mal durch die Wand rein. Ist da eine Tür hinter? Moment. Zack. Hm, bitte geh weg. Block. Kann ich einmal durch, bitte? Kann ich einmal? Ah, nochmal. Jetzt kann ich durch. Okay. Genau, hier ist nämlich die Tür hinter, Leute. Das heißt, der wird nie wieder durch seine Vordertür reinkommen. Das hat der Spieler hier so. Oh, der ist auch noch relativ neusig. Gerade hat sehr viele Steinschwerter und auch kaum gute Sachen. Die Truhe ist auch noch leer. Ich zeige dir jetzt mal einen Trick, ja? Also, falls derjenige das Video sieht, ich zeige dir mal einen Trick, wie du zum Beispiel deinen Bedrock entfernen kannst. Ich meine, dass du gegrieft wurdest, ist nicht schlimm. Man kann immer mal wem Falsches vertrauen und dann wird man eben einfach ein bisschen abgezogen. Das ist einfach Pech. Das muss man riskieren oder man spielt eben einfach alleine. Man kann ja auch einfach niemandem auf sein Grundstück vertrauen. Man kann auch alleine spielen, Leute. Aber wenn du eben hier diese Sachen entfernen möchtest, dann kannst du den Befehl slash break block nehmen. Damit kannst du nämlich, wenn du den Befehl eingibst und einen Rechtsklick machst, kannst du eben jede, ich glaube eine Minute oder 15 Minuten oder sowas, kannst du einen Bedrock weg machen. Ich kann das jetzt nicht, weil das muss halt mein Grundstück sein. Das geht nur auf eurem eigenen Grundstück. Und das hier ist ja nicht mein Grundstück, das ist ja eben von dem Typen, der hier gerade ein bisschen veräppelt wurde oder eben gegrieft wurde. Aber du kannst mit dem Fehl slash break block einfach immer einen Block entfernen. Ja, und dann könntest du halt Stück für Stück hier deinen Bedrock zumindest wegräumen, weil Bedrock kann man da eben nicht kaputt machen. Grundstein ist ja der härteste Block auf Minecraft. Und ja, dein Haus musst du wohl einfach selber aufbauen. Ich überlege gerade, können wir, warte, ich sammle mal gerade die Blöcke hier unten ein. Moment, zack, zack, zack. Wir können ja mal ein bisschen, oh, hier ist ja noch ein Keller. Hallo, wo geht's denn hier noch hin? Wir gucken mal in den Keller, Leute. Äh, oh doch, hier, warte mal, hier geht's noch weiter. Ist hier, ne, hier ist glaube ich gar nichts. Okay, dann gehen wir schnell wieder nach oben, Leute. Ich helfe dir mal ein bisschen, okay? So, ein bisschen, wir bauen das hier einfach mal ein bisschen wieder zu, dass er natürlich auch dann, falls er wieder auf Prüfergames kommt. Und ich hoffe, er verlässt ihn zu, aber jetzt nicht für immer, dass er noch ein bisschen Spaß haben kann. Ich meine, wie gesagt, Leute, dass man eben einfach mal gegrieft wird, das kann halt einfach wirklich passieren. Es gibt immer Leute, die sowas machen. Das ist einfach so. Ich hab ja früher auch mal sowas gemacht und das ist auch irgendwie lustig. Aber ich meine, für den hier zum Beispiel ist es echt mies, der jetzt hier einfach nur ganz normal spielen möchte. Und ich denke, das Beste ist einfach ein bisschen drüber nachzudenken, wen lässt man eigentlich auf sein Grundstück drauf, Leute? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Denkt drüber nach, wenn ihr jemandem vertraut. Ich baue das hier alles noch ein bisschen zu. Wir können auch noch mal ein bisschen uns Holz vielleicht jetzt cheaten. Welches Holz ist denn das genau? Ich glaube, das Holz hier ist es nicht. Vielleicht ist es da. Ne, das ist es auch nicht. Dann ist es bestimmt das hier. Ne, das ist es auch nicht. Welches Holz ist denn das, Leute? Das ist es auch nicht. Ist es das? Ne, ist es nicht das normale Holz, oder? Spruce Wood? Doch, es ist Spruce Wood. Okay. Dann machen wir es hier mit einfach nochmal voll. Ich baue dem ein bisschen hier die Wand noch zu. So. Alles andere, was hier an Fenstern war, das muss er dann selber machen. Aber ein bisschen möchte ich ihm zumindest helfen, Leute. Zock, zock, zock. Ich baue das mal kurz fertig. So. Damit sieht es auch schon wieder ein bisschen besser aus. Ich würde sagen, das war es dann auch mit diesem Video, Leute. Da vorne ist noch so ein Block an der Wand. Den kriege ich leider gerade nicht weg, weil das ist ein bisschen auf dem Zauberleck. Wir können es dann mal probieren. Ich werde das Video jetzt aber beenden, Leute. Es hat Spaß gemacht, ein bisschen den Leuten hier auf Griefer Games zu helfen. War wirklich, wirklich cool. Ist ganz interessant, wie so ein Alltag von einem Supporter aussieht. Wenn ich noch so eine Folge machen soll, 24 Stunden als Moderator oder als Supporter oder als Admin oder als Developer, lasst ruhig mal einen Daumen nach oben da. Das wäre richtig cool von euch. Ich wünsche euch jetzt noch einen superschönen Tag. Und denkt bitte auch dran, shop.quefergames.net. Das geht noch jetzt zwei Tage, also bis quasi Neujahr, beziehungsweise halt bis zum neuen Jahr. Und dann wird ja auch relativ schnell gelöscht, der Sale. Das heißt, dann gibt es auch kein Supreme mehr. Wahrscheinlich bis etwa Ostern. Bis zum nächsten Event halt. Ja, habt auch einen superschönen Tag, Leute. Denkt bitte an einen Daumen nach oben. Haut rein. Bis dann. Und tschüss.